Ich versuche mich das erste Mal am Tennis und ich versuche mich nicht nur das erste Mal, sondern ich habe auch das allererste Mal in meinem Leben überhaupt einen Schläger in der Hand. Aber wie ihr seht, hatte ich die richtige Tennisstellung natürlich sofort drauf. Die geht doch so, oder? Nachdem ich das geübt hatte, habe ich mich dann auch das erste Mal mit dem Ball versucht. Es hat dann auch direkt echt ganz gut funktioniert, nur manchmal war ich mit meinen 1,55 Meter ein bisschen zu klein. Dann ging es für mich ganz nett, so irgendwie habe ich entweder das Netz getroffen oder mein Gegner hat mich getroffen. Das tat zum Glück aber gar nicht weh und ich muss sagen, Tennis hat mir viel mehr Spaß gemacht, als ich gedacht hätte. Und so schlecht habe ich mich aber auch gar nicht geschlagen, denke ich. Oder was meint ihr?